Hallo noch einmal zu meinem kurzen Infovideo zu meiner Sommerpause vom 1.6. bis 31.8.23. Ja, ich komme jetzt kaum nach, wie es ist. Schon heute musste das Bellum Gallicum dran glauben und ihr seht, ich habe einfach ganz andere Interessen im Sommer und der Komplude, der nimmt einen wahnsinnig geringen, kleinen Stillenwert ein. Wie gesagt, manchmal abends, also seht es mir nach, wenn irgendwas nicht kommt, jetzt noch. Ich bin froh, dass es jetzt in die Sommerpause geht, denn ich komme auf keinen Fall irgendwie noch nach mit dem, was ich als reguläres Programm habe. Okay, also dann wünsche ich euch nochmal einen schönen Sommer, wie schon in meinem Kanal-Update. Ich wollte es einfach nur nochmal kurz im Infovideo euch ankündigen, dass wir jetzt in den letzten Zügen liegen. Ciao, ciao! Ciao!